Oh mein Gott. Oh, das ist ein perfekter Maultierhirsch. Ausgewachsen fünf Sterne. Ich hab ein bisschen Angst. Ich hab ein bisschen Angst, Leute. Der ist perfekt einfach. Er ist einfach perfekt. Da ist er! Ja, ja, ja. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Sehr gut. Dieses Geweih ist einfach riesig. Sehr gut. Sehr gut. Linker Lungenflügel. Ich hoffe, die Aufprallenergie hat noch so gepasst, aber ich glaube schon. Jaktwertung fünf von fünf Sternen. Profenwertung fünf von fünf Sternen. Nice. Besser geht's nicht. Potenzial 97,91. Ein Prachtexemplar. Und dann bitteinger Kumpel. Besser ist es, wie gerade